Ja, hier ist er wieder, euer Borekart. Das ist ein kleines Infovideo zum Thema Stahl auf der Heide, Wildgänse und noch so allgemeine Sachen, die immer mal wieder nachgefragt werden oder aufkommen. Gut, Stahl auf der Heide. Dieses Jahr am 6.9. im Panzermuseum Munster. Da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht und habe darauf hingewiesen, dass ihr euch im Vorfelde Karten online kaufen könnt und müsst. Wieso erwähne ich das jetzt nochmal? Ja, in einer Woche beginnt das Ganze mit Stahl auf der Heide. Alle Karten sind ausverkauft. Wer keine Karte hat, kommt nicht rein. Ja, der normale Museumsbetrieb ist außer Kraft gesetzt auch. Es können keine Karten an der Kasse gekauft werden. In dem Sinne, die konnte man nur online kaufen. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, ich bin clever, ich fahre einfach hin, ich kaufe mir eine normale Museumskarte und gehe da rein. Funktioniert nicht. Ihr müsst im Vorfelde diese Stahl auf der Heide Karte gekauft haben. Das hat Wargaming auch klipp und klar in einem Artikel auch geschrieben. Keine Karten mehr vorhanden. Ausverkauft. Da steht klipp und klar auch so im Museum drin auf der Seite. Ich werde zu Wargaming und zum Deutschen Panzermuseum Munster, werde ich noch Links reinstellen, wo ihr es nachlesen könnt. Und wenn ich nur einen erreicht habe mit diesem Video jetzt, der gesagt hat, ach fahren wir trotzdem hin, das wird schon klappen. Der fährt dann 200 Kilometer vielleicht dorthin, steht am Zaun, wackelt und sagt so eine... Wollen wir nicht aussprechen, das Wort, aber ihr könnt euch denken, was ich meine. Wenn ich nur einen erreiche, der sich vielleicht viel Sprit, Mühe, Zeit und die Enttäuschung halt eher sparen kann, ja, dann hat sich das schon gelohnt in diesem Video extra zu erwähnen oder dieses Video zu machen. Ja, Wildgänse. Ich bin in einem Clan, der besteht aus drei Clans, der schimpft sich die Wildgänse und er besteht aus der WG12, das ist der Top-Clan. WG12-Unterstrich, das ist ein sehr guter Clan und aus der WG-Unterstrich-1. Ja, WG-Unterstrich-1 nimmt keine Member auf. WG-12 fährt CW, die haben sehr hohe Anforderungen, mindestens vier Tier-10er-Panzer, die gewisse Anforderungen dabei noch bringen müssen, gebraucht werden auch in den CWs, also schwierig für den einen oder anderen und Mindestalter 18. Da sind noch ein paar Punkte, aber da komme ich gleich noch zu, die gefordert sind. Und dann gibt es ja noch die WG12-Unterstrich, die fordern drei Tier-10er-Panzer, die man fährt, Mindestalter auch 18 und noch einige andere Punkte. Und die ganzen anderen Punkte kann ich euch gar nicht so erzählen, aus dem Kopf. Da werde ich einfach mal die Links zu den zwei Clans reinsetzen. Da könnt ihr dann die Beschreibung aufmachen, Clan-Beschreibung oder Anforderungsbeschreibung. Und da steht es drin, was sie genau fordern, was für eine WN-8 und, 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 und. Aber jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ich habe mal jetzt gehört, die WG12-Unterstrich würde eventuell auch Spiele aufnehmen, die nur zwei Tier-10er haben. Ja, ihr hört richtig, statt drei nur zwei. Wenn sie damit sehr gut sind, diese zwei Zivis zu gebrauchen sind, diese Fahrzeuge. Nicht alle Fahrzeuge wollen alle Clans unbedingt auf ihren Zivis-Gefechten mitnehmen. Aber wenn ihr zwei habt, die zu gebrauchen sind und ihr die sehr gut spielt, hinzu noch ein paar Achter habt, die ihr sehr gut spielen könnt, dann besteht vielleicht die Ausnahme, Möglichkeit, Option, wenn ihr ein aufstriebenes Talent seid, sprich allgemein eure Werte auch sehr gut sind, dass die Jungs sagen, ja, der hat Potenzial. Da machen wir eine Ausnahme. Also, wie gesagt, ich habe da jetzt schon gehört, es besteht die Option, dass sehr gute Spieler durchaus, wenn sie nicht haargenau die Anforderung schaffen, bei der WG12-Unterstrich eventuell die Option haben, reinzukommen. Auf alle Fälle, liest euch mal die Beschreibung durch, überlegt es euch. Auch wenn ihr den aktuellen Clan habt, vielleicht werdet ihr irgendwann mal den Clan verlassen. Dann könnt ihr ja gucken und nachlesen, was da immer gefordert wird. Und, ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Eigentlich persönlichen Krimskrams, aber nein. Jetzt nochmal zu den Wildgänsen zurück. Selbst wenn ihr da nicht beitreten wollt, zufrieden seid im Clan oder die Anforderungen geschafft, ich stelle hier noch einen Link zum Video der WG12 rein. Schönes Video, solltet ihr euch angucken. Ist, ja, nett gemacht. Und jetzt kommen wir zum persönlichen Krimskrams, wie die Fragen, Bullcut, können wir nicht Zug fahren? Immer wieder kommt diese Frage, erst heute habe ich die erst wieder gelesen und ich muss sagen, nein, können wir nicht. Es tut mir leid. Am ersten Tag, wo ich diesen Kanal reingestellt habe, habe ich gleich reingeschrieben, ich fahre mit keinen Abonnenten Zug. Wieso habe ich das gemacht? Ganz einfach, ich habe das bei Oberst Leo erlebt, was für ein Hickhack und Trouble da teilweise entstanden ist. Und ich habe mir gesagt, damit fängst du erst gar nicht an. Mit dem einen kannst du Zug fahren. Dann sind die anderen alle aber beleidigt und sagen, wieso fährst du mit dem und nicht mit mir? Jetzt musst du nächste Woche aber mit mir fahren. Und der Letzte, mit dem ich mal Zug gefahren bin, sagt, wir hatten doch so viel Spaß, wir haben doch so gut zusammengespielt, ich will auch noch fahren. Und schon hat man hinterher eine riesengroße Abonnentengemeinde, die sich untereinander vielleicht kloppt, beleidigt ist und sagt, der Bullcut ist doof, mit dem fährt er, mit mir nicht. Und deswegen habe ich gesagt, behandle ich euch alle gleich. Ich fahre mit euch nicht Zug. Das ist nicht böse gemeint oder arrogant gemeint. Und es ist wirklich, ich will keinen von euch bevorzugen oder benachteiligen. Ja, ich will keinen von euch benachteiligen oder verärgern. Von daher habe ich das am ersten Tag so gemacht. Es wird Ausnahmen geben, sicherlich, wenn ich irgendwelche Veranstaltungen mache. Wenn ein guter Freund mich auch abonniert hat, ist was anderes, weil mit guten Freunden und mit meinen Klarmemmern fahre ich. Oder wenn er in einem Clan ist, mit dem wir kooperieren als Clan oder in meinem Clan drin ist. Ganz logisch, dann gibt es sicherlich Ausnahmen, wo ich dann mit dem fahre. Aber ich sage es nochmal, ich fahre mit keinen Abonnenten so außer der Reihe Zug, weil ich die anderen nicht beleidigen will, verärgern will oder vor Schienbein treten will. Sagen wir es so. Hört sich doof an, ist hart. Aber ist leider so. Ja, die nächste Frage, die immer so mal aufkommt, habe ich jetzt zwei oder dreimal gehabt. Borgelkatt, bist du bei Stahl auf der Heide in Munster? Ja, da bin ich. Ich bin da aber als Privatperson, werde den Tag genießen. Ich werde mich auch nicht zu erkennen geben groß. Also ich werde nicht rumrennen und schreien, ich bin der Borgelkatt. Ich bin der Borgelkatt. Nein, ich werde ganz privat da sein und diesen Tag genießen. Ja, was wäre vielleicht noch zu sagen? Warships. Warships habe ich in der letzten Zeit ein bisschen weniger gezeigt, weil aktuell spiele ich sehr stark oder fast nur World of Tanks. Es wird auch immer wieder mal Warships nachgefragt. Ja, ich werde mal ein, zwei Runden wieder reinstellen. Ich werde mich bemühen, ein paar Gefechte wieder zu zeigen. Aber aktuell spiele ich sehr gerne World of Tanks. Es gab eine Phase, da habe ich fast monatelang nur auf den Sack bekommen, kann man sagen. Da ging die Statistik auch steil nach unten. Ich konnte anstellen, was ich wollte. Es lief einfach nicht bei World of Tanks. Da habe ich sehr viel Warships gespielt. Aktuell läuft es halbwegs wieder bei World of Tanks und ich spiele es vermehrt oder fast nur. Warships werde ich natürlich auch mal wieder spielen. Und ja, das soll es schon gewesen sein. Tschüss, euer Boreal Cut.